Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Donkey Kong Country. Hier am Anfang, ich glaub hier war irgendwo, hier am Anfang war gleich ein Bonus, oder? Hä? Ja hier! Fuck! Da musst du mich umbringen. Da oben ist nämlich ein Bonus. Ich wusste halt nicht genau, wo der ist jetzt. Ich dachte, der wäre hier. Aber der kommt dann relativ noch hier gleich. Der kommt nach dem K ungefähr. Genau. Dann hier irgendwo springen. Genau. Ach komm, wir wollten sowieso nicht die Statue. Warte, wo war der nächste Bonus? Ich weiß es noch, glaub ich. Hä? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ach komm. Scheiß drauf. Ich weiß nicht mehr, warum ich gestorben bin. Aber der Bonus wird ja jetzt immer noch dazu gezählt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich ihn jetzt nicht gefunden habe. Man muss ihn nur finden. Was muss ich denn genau hier machen? Ach so. Ach, ich bin ein Noob. Aber der 6-Set war eigentlich fair jetzt. Jetzt der Rewind war nicht. Ja. Bam, 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 bam. Wo war denn der nächste Bonus? Lol. Bam, bam, bam. Stimmt. Das ist etwas fair. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Woll. Der war hier. Genau. So. Dann kenn ich noch einen. Aber da wollen wir nichts. Ich will den nicht. Oh, ich hätte es fast geschafft. Puh. Haha. Ich hätte es fast geschafft. Da würde ich... Scheiße, ich habe das Level ja noch nicht geschafft, ne? Ach komm. Das ist doch beschiss. Hier, warte mal, hier kommt noch so ein... Verpiss dich. Warte, da kam noch... Irgendein... Bonus der... Demagis... Wieso springe ich auch? Wieso? Wieso zum Teufel springe ich? Ja, ich weiß, aber das... LP ändert sich... Am Ende. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr so viele Rewinds. Versteht's? Nein, ich muss den ja nicht mehr holen. Stimmt. Dann ist es nicht meine Schuld. Fick dich. So. Da geht's ab, du. Das Spiel ist etwas... Krank. Boah. Ist aber nicht so, dass es keinen Spaß jetzt mehr macht. Boah, wieso nehme ich die Banane überhaupt immer? Wieso will ich die Banane... Hier ist nämlich der Bonus. Den seht ihr bestimmt schon. Warte mal, wie ging der? Hier. Genau. Der ist jetzt nicht... Schwierig. Ba-da-mum-bam. Ich will alle Banane. So viele, wie es geht. Ja, hier ist das Ende. Genau, gut. Hallo alle. Jetzt kommt das... ...etwas schwierigere. Aber... Aber... ...die Bonus ist nicht so schwierig. Das ist... ...konto ist wieder aus etwas. Das macht's etwas cooler. Aber man sieht Gegner nicht. Ich muss ja immer so skillen. Versuchen zu skillen. Obwohl ich keinen... ...Skill habe. Ja. Ja, ich weiß. Ich muss immer skillen. Ja. Sieht man auch nicht. Stirb. Nein, nicht stirb. Bum-bum. Bum-bum-bum-bum. Hier ist das Halbzeit. Was? Das ist so geil. Jetzt kommt gleich einer, oder? Irgendwo hier kommt es gleich. Nicht hier. Ja, komm. Man kann ihn nicht sehen. Komm, gib her. Aber hier kriegt man noch einen. Wieso habe ich... ...deine One-Up... ...bekommen. Yeah. Das ist krank. Ja, hier kommt eins. Und zwar gleich. Hier nämlich. So. Sieht man wegen der Banane. Das ist etwas krank. Früher habe ich das hier niemals geholt. Weil ich... ...ich habe früher immer noch... ...bin ich durchgerast einfach, weil... ...warum... ...warum 100% spielen. Aber so spielt man 101%. Boah. Wer rast schon... Warte, hier war ein Bonus. Was? Fuck. Wo ist der? Hä? Wo war das Fass? Hab ich ihn verpasst? Wieso verpasse ich... ...immer ein Fass? Moment. So, das muss ich mitnehmen. Das ist schon etwas... ...krank hier. Ja, komm. Warum? Ja! Ne. Es ist beschiss. Warte, hier mache ich lieber einen. Weil der nicht immer trifft. Ist der Penner. Wo ist der Ballon? Wenn er manchmal unsichtbar wird. Warum wird es dann denn unsichtbar? Ja, geil. Wir haben einen. Ja, wir haben alle Bonis gefunden. Geil. Ja, genau. Genau. Das habe ich ja nicht gesehen. Jetzt kommt schon der... ...der Boss von... ...dieser fünften Welt. Aber da ist es ganz schön einfach. Der... ...macht nur das hier. Der knallt auf den Boden und... ...spuckt Gegner aus. Das ist jetzt nicht schwierig. Ich finde ihn sogar lächerlich eigentlich. Auf die fünfte Welt. Und es sind ja nicht mal richtig starke Gegner. Wie zum Beispiel dieser Muskelprotz... ...Kong da. Äh... ...Kremling. Das sind immer nur diese. Ach, verpiss dich. Mit Donkey Kong kann man die allerdings viel besser besiegen. Weil... ...es kommen starke Gegner zu... ...die... ...die Kong gar nicht besiegen kann. Und der war es schon. ...bam... 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 ...warte mal. Jim kann man ernst. Tanked up to... Ah, hier. Hier gibt es nur einen... ...Bonus. Das ist gut. Good choice. Da muss man... ...den Tank... ...auffüllen von diesem hier. Er hat fünf bis jetzt. Und die Fools muss man... ...holen, sammeln. Und jeder... ...dem wie viel... ...ähm... ...rote Punkte das hat. Warte, das war doch am Anfang der... Ach komm. Ich kann mich umbringen. Ne, ich mach das Level zu Ende... ... wenigstens... ...bam... 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 ...es hat nur... ...ein... ...bonus. Mach mal das Level zu Ende... ...und dann hol ich das mit... ...skipp einfach. Ihr wisst schon, was ich mal mit... ...skipp. Jetzt halt... ...tankt jetzt nur noch... ...drei Dinger drauf. Das braucht man nicht unbedingt. es hat gar kein relativ kein Bonus mehr der Bonus ist am Anfang das sag ich euch auch aber aber ich muss das Level erstmal zu Ende machen das Level ist eigentlich schon relativ leicht am Anfang aber danach wird er etwas schwieriger dieses Level hier man muss nämlich den Reifen mitschieben und fuck fuck egal so so wir haben verkackt ja das war nur wegen der Reifen sonst kann ich ja nichts dafür relativ schaffig ist eigentlich relativ flott ohne zu sterben aber da kann man halt mal fehlen wegen dem scheiß Vorführeffekt boah komm her genau jetzt haben wir den Reifen bam 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 so brauche ich den eigentlich noch brauche ich den eigentlich noch ich weiß es überhaupt nicht ich nehme ihn nicht mehr mit bam 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 genau ihr kranken Schweine also müssen wir immer noch einen Tank sammeln jetzt relativ knapp so das ist eine kranke Stelle das schafft man es nicht ohne richtig zu sterben also schaffe ich nicht das ist kein Bonus Leute oder nee das ach so ja das sollte man so machen stimmt ich weiß wir müssen jetzt das Level nochmal machen Moment ich weiß jetzt nicht genau wo der war der war hier relativ ja da war hier bam bam da war nur einer den brauche ich nicht so manik minzas wo war denn hier denn ein Bonus bam 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 hier war glaube ich nur einer oder zwei nee hier war einer glaube ich mal komm Donkey Kong das zählt nicht nö warte war hier überhaupt hier einer hä da war hier keiner tut mir leid Leute ah stimmt nein da musste mit Rambi das ganze Level abchecken nein komm ich kann mich umbringen gehen denn man braucht Rambi den ganzen Tag so sehr ich es mag ach komm ich bin auch nicht gelaufen ja hier mache ich lieber einen savey weil euch immer alles zeigen ne fick dich da war das genau ja hier hä dann danach eben ich will dich komm her ja hier hier war der erste ich weiß gerade nicht wohin ich den mitnehmen musste ich glaube hier hin oder da hä daneben links fick dich Donkey fick dich dann doch nicht ich weiß hier keinen zweiten kranken Bonus war der hier nein es war kein Bonus aber jetzt kommt er glaube ich Hallo ich will den beschissen ich glaube es waren nicht alle oder nein war es nicht irgendwo habe ich einen vergessen aber welchen nein das war dann Donkey Kong schuld warte irgendwas mit dem man muss den bis zum Ende glaube ich mitnehmen Fick dich das wird kanker so hier lieber nein nein den haben wir doch schon da will ich nicht nochmal aufmachen deswegen meloaded das ist krank bitte hier das ist relativ tief boah so warte hier war doch irgendwo eben hä dann warte noch nicht ach so hier stimmt ich bin ein idiot ich wusste es doch alles klar jetzt haben wir das und dann im nächsten part geht es dann hier weiter ciao leute super über über die Bis zum nächsten Mal.